So, Leute, da sind wir wieder bei Duke Nukem 3D. So, in der letzten Folge sind wir ja mit dem U-Boot irgendwie abgehauen. Jetzt mal gucken, was wir machen müssen. Okay, hier oben scheint nichts zu sein. Ah, wir können... Ups. Das ist bestimmt ja immer so hier. Ah. Bingo! Bingo, Bingo! Ne. Ne, wir bleiben hier bei der Schrot. Oh, nervt mich. So. Ne, ich hab noch 75 Leben. Hab ich noch. Ne. Groovy. Blue Card. Er ist der Duke, man. Er darf kein Leben verlieren bei so einem Sprung. So. Vorsichtig ist die Mutter in der Porzellanliste. Immer aufpassen, immer vorsichtig vorangehen. Schließlich wollen wir ja nicht sterben. Ah, dann schmeiß ich halt so eine Bombe da hin. Tja, ich komm an meine Munition immer ran. Tür ist zu, okay. Na, wo seid ihr? Wo. Ur. Viel Fort. Woah. Ro... Mo. Woa. Toa. So, das hätten wir auch. Irgendwo ist noch eins. So. Da haben wir jetzt auf jeden Fall genug Shotgun-Munition, würde ich mal sagen. Da kommen wir nicht durch, ne? Ne. Die gelbe Karte ist noch. So kommen die Kisten weg. Probieren wir mal, ob wir da draufstehen können. Das klappt. Hui. So, jetzt können wir. Perfekt. So, und dann nochmal drauf. Hui. Wenn man bedenkt, wie alt das Spiel ist und was man damals schon so alles cooles machen konnte. Eine Red Card. Perfekt. Was ist das hier? Oh, nochmal 100 Rüstung. Nice. Ah, das ist der Ort, wo wir herkommen. Okay. Dam, derom, 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 derom. Kommt man nicht durch. Ja. Ich will durch. Ich will durch. Na, Platz da. Na, Schwein, wo bist du? Kein Schwein da. Ich wusste es doch, bis da. So. So. Und mit Rüstung. Was haben wir hier? Kamera, ja. Die ist natürlich super positioniert. Auf jeden Fall. alter schwede sondern damit war kein leben verlieren aber runter jetzt haben wir diese wird krass was bringt das jetzt bin ich ein kleiner duke kann man da rein ja aber da ist nichts so klein bin jetzt bin ich der kleine duke jetzt wieder zurück voll witzig so aber welche türen sind jetzt geöffnet ah die hier nice wow fucking düster oh was geht denn hier ab da komme ich her ne hier komme ich hier komme ich hier nicht berühren okay ah jetzt wird das wasser aufgegriffen jetzt Jetzt habe ich wahrscheinlich das Wasser wieder abgelassen oder was. Easy peasy, aber hier war irgendwo an der Wand, habe ich gerade eine Stelle an der Wand gesehen, wo man durch kann. Ah, noch einmal kommen wir da durch, okay, wo ist denn so, wow, nice, jetzt haben wir über 100 Leben. Ah, nochmal, okay, alle guten Dinge sind drei. Jetzt mal die Shotgun wieder ziehen. Das ist da, wo man angefangen hat, toll, wir hätten auch von, direkt auch von Anfang an, wenn wir das gewusst hätten, direkt fast irgendwie, ich weiß nicht, zum Ende oder so, wo wir auch sind, ich weiß es nicht. Jetzt lässt sich das Wasser wieder ab, ne? Ich brauche nochmal das Wasser. So, fülle es jetzt eigentlich wieder auf, oder nicht? Und was ist, was ist, ähm, ups. Ich frage mich, ob es mit dem Schalter hier ist, mal gucken, wenn ich hier gucke. Ah, ich wette, wenn ich nichts aufmache. Genau, unter Wasser öffnet sich eine Schleuse. Gut. Perfekt. Ah, hier ist mein, äh, ich hab ja volles Leben, Brotty. Ich hab ja volles Leben geklaut. Ich hab ja volles Leben geklaut. Ich hab ja volles Leben geklaut. Oder mal Babykits klauen. Ne. Da drüben scheint dann auch nichts mehr zu sein, oder? Und da noch auch noch Munition. So, Muni, Muni, Muni ist immer gut. Sondern hier, das ist das Album, Muni. So, jetzt abtauchen. Aber aufpassen, dass man nicht irgendwie, in so eine Bombe reinfliegt. Boah, fuck das schon. Geh weg! Stopp! Meine Fresse! Schau mal! Wenn wir jetzt mal die Tüge öffnen. Kann ich jemanden? Ja, okay. Oh, was war denn hier? Einen Bodocook haben die gewonnen. Okay, auch voll. Mein erster. Ja, klar, Alter. Wie soll ich genau dazwischen, oder was? What the fuck? Okay, da muss ich... Dann... Oh, da kommt noch mehr vom Bisschen. Bänzen. Oh. Oh, Mann. Ich hab nur noch 4 Life. Fuck. Ey, ein Schuss und ich bin tot, Leute. Ein einziger Schuss jetzt. Ah. Ja, Alter. Ja, was? Wo ist denn, Leute? Macherladen. Wartet mal. Ich hab doch gesehen. Boah, Alter Schwede. Die machen es aber nicht leicht in dem Spiel. Boah, Alter. Ich hab so Schiss. Bis ich verwecke oder so. Boah, Alter. Was ist denn mit dem Spiel verkehrt gelaufen? Ich hab voll Schiss, dass ich sterbe. So. 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 Ich verstehe ich. Na... Wann komm her? Wenn man so öpplich frischen willst,... Das war da, ne? Aber man muss immer warten, bis die Tür zugeht, ok? Boah, Leute, Leute! Nervt mich! Und der Shotgun... Niederleben! Nice! Niederleben! Nice! Tschüüüüüüüüüüüüüüüss! Ey, ihr wollt jetzt nicht, dass ich in dieser Kotze da spüren, oder? Ja, das wollt ihr nicht, dass ich jetzt... Alter, ich soll ja jetzt nicht in dieser Kotze das spüren, oder? Alter, ekelhaft. Auf jeden Fall Gesundheit. Da drüben ist... Aber... Was geht denn in den... Oh, ab, Leute. Oh, du Scheiße. Wie du meinst, damit geht echt den Shotgun oder sogar mal aus. Fuck, das Ding hat echt... Was ist denn los heute bei Duke hier? Ernst, ey, ernsthaft. Die wollen echt, dass man in dieser Kotze schwimmt. Wir haben's geschafft, ey. Ich hätte ja gedacht, dass wir hier irgendwie sterben. Was haben wir denn? Boah, ich bin jetzt 17 Minuten. Ja, Leute. Auf jeden Fall wieder dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, so lasst mir einen Daumen nach oben. Dann weiß ich natürlich, dass die Folge euch gefallen hat. Solltet ihr Fragen zum Spiel haben, oder allgemein einfach Fragen an mich haben, so schreibt sie einfach in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall einen wundervollen Samstag. Haut herein. Ich bin raus, euer Brocken.